Die urbane Großbaustelle. Lebensraum vieler Spezies. Ein unwirklicher Ort, an dem nur die anpassungsfähigsten Erfolg haben. Über Jahrtausende perfekt angepasst an das raue Klima und die harten Bedingungen sind sie eins mit ihrer Umgebung geworden. Für das ungeschulte Auge bleiben die Akteure der weitläufigen Baustellengebiete meist verborgen. Erst die Nacht bringt einige der erstaunlichsten Protagonisten dieser ganz eigenen Welt zum Vorschein. Kaum auszumachen, betreten die scheuen Tiere im Schutze der Dunkelheit die Bühne. Da, dies muss das Oberhaupt des Rudels sein. Sofort zu erkennen an seiner mächtigen Gestalt und am dunkelblauen Rückenfell, welches sein Alter und seinen Rang innerhalb der Gruppe deutlich macht. Geschickt bewegt er sich durch das unwegsame Gelände. Auf gelernten Faden streuen diese nachtaktiven Geschöpfe sicher durch ihr Territorium. An fest definierten Positionen erstellen sie instinktiv Punktwolken, messen und vergleichen. Die geschickten Jäger sind in der Lage selbst kleinste Abweichungen von wenigen Millimetern in diesem sensiblen Lebensraum wahrzunehmen und Alarm zu schlagen. Hier jedoch drücken die lauten, piepsenden Geräusche behagend aus. Ein Zeichen für das ganze Rudel, dass keine Gefahr besteht und alles in Ordnung ist. Revierkämpfe sind an der Tagesordnung. Das prächtige Leittier legt sich mächtig in Zeug, um seine Artgenossen mit äußerst kreativen Balzritualen zu beeindrucken. Was hier so spielerisch aussieht, ist in der freien Natur ein notwendiges Training, um durch Innovation und Fortschritt langfristig die Stellung im Revier behaupten zu können. Mit ihren teilautonom erstellten Baustellendokumentationen sorgen sie für Stabilität, Qualität und Sicherheit in diesem so empfindlichen Ökosystem, bei dem jedes Detail so wichtig ist für den Erfolg der ganzen Gruppe. Wenn sich die Nacht dem Ende zuneigt und das Leben mit den ersten Sonnenstrahlen des Tages wieder auf das Gelände zurückkehrt, dann verschwinden diese innovativen Helfer wieder von der Bildfläche, so still und heimlich wie sie erschienen sind. Und wieder einmal beginnt der immer fortwährende Kreislauf des Lebens auf der urbanen Großbaustelle. Ein geschlossenes System aus SpezialistInnen und den Technologien von morgen.